Hallo zusammen, wir lernen Abdichter. Wir zeigen euch, wie es bei uns auf dem Baustil aussieht. Kommt doch mit! Für mich bedeutet die Lehre sehr viel, weil ein Dach dicht sein muss, sonst regnet es rein und dann ist das ganze Haus mit der Zeit, wenn das Wasser reinläuft. Hier muss man die Aufgabe ernst nehmen und es macht mir Spass. Der Vorteil von mir ist, wenn ich später ein Haus bauen will, kann ich mein Dach selber machen. Unserem Team und auch in der Lehre und der Berufsschule macht mir sehr viel Spass. Es ist ein super Team auf der Baustelle und die anderen sind immer viel Spass zu haben. Es war ein besonderer Moment in meiner Lehrerschaft und ich zuerst alleine durfte ein kleines Garagentech abdichten. Ich hatte mich sehr Freude, dass mir der Chef die Verantwortung übergeben hat. Um die Lehre anfangen zu können, muss man wetterbeständig sein, weil man bei jedem Wetter draussen arbeiten muss und körperlich etwas fit sein. Ich habe am Schluss vom Arbeitstag jedes Mal Freude, um zu sehen, was ich gemacht habe und bin auch stolz darauf. Jetzt haben wir gesehen, wie es bei uns läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann kommen wir doch schnuppern. Und jetzt schau du hoch hinaus mit den Lehrabdichtern oder Abdichterin. Anhaltbar neurokunde! Schau dir das Video zumurf Jesus Conskazo! Ja, schon muss dieses Video ausprobieren Situation husst. Wir sehen uns doch immer weiter. Vielen Dank.